Nicht hauen! Ich hab Angst vor dem Scheiß. 1, 2, 1, Stöcker! Jetzt geht's los! Jax, wir sitzen im EG. Kettenbein außen. Ja, das sieht gut aus für einen EG. Wir müssen nicht sich umdrehen. War gut ausgedrückt auf jeden Fall. Schön weggedrückt. Meine Damen und Herren, wir sind aber gespannt, ob der nächste Zug auch mit einem ordentlichen Satz angesagt wird oder ob es wieder die Zuschauer befindet. Ja, es tut mir sehr leid für alle Zuschauer, denn ich hab die Kamera nicht gedreht. Diesmal mitdrehen. So, der Jugg liegt wieder in der Mitte. Kein Frühstart! Mein Damen und Herren, was ist hier los? Die kleinen Lieblings, die man sich freut. Welche Kette schwingt zuerst? Nikolai gewinnt sein Null. Gut, gleich noch sie jetzt. Jetzt muss EG zurück. Oder die einfach zu zweit angreifen. Aber nein, überrennt durch. Nikolai muss aufpassen. Okay, hat geklappt. Oh, okay. Ich hab's gerade noch geschafft. War das richtig? Und bin jetzt voll raus aus dem Bild. Wahrscheinlich sieht man mit den Tallen rum. Drei. Drei. Achtung. Drei, zwei, eins. Jugga. Rüber. Rüber. Das sieht nach Jugga-Sitzu-Energie aus. So, man hat wieder das... Nikolai gewinnt wieder seine beiden Aussage. Mal der Läufer hier durch. Achtung Nikolai, seine Kette wieder. 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 Achtung Nikolai. Tja. Check nach werden! Tja. Versteht? Versteht? Tja. Nein, Jug, weiter, weiter, weiter. Oh, das war aber stark. Trotzdem, Jug für die Sins. 2 zu 1 steht es jetzt. Wenn die Nikolaj einfach noch weiter nach vorne gehen müssten, dann würden wir mehr Ruhe gehen. Sollen es halt spannend bleiben. 2, 1, Achtung, 3, 2, 1, Jugger. Die Sins, die Kontesten gar nicht den Dank, was soll denn das? Manu kommt mit dem, aber man macht ja die Linie, steht auf beiden Seiten. An, auf, Nikolaj, drück die Anzeige. Soll es nicht, der Leuchtturm, rein! Hinter dir, man steht es schneller! Der Jack ist perfekt im Fest. Malu, komm her! Malu, komm her! 1, Achtung! Achtung! Direkt ab! Stellt der Leuchtturm! Stellt der Leuchtturm! Manu, wir müssen hier kurz waschen. Ich hab keine Uhr mit. 2, 1, Achtung! 2, 2, 1, Jugger! Ab, ab! Achtung! 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 Ausstieg ist was für den Geschichten! Wie Unless zumischen! Joens! Achtung! 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 Drei, zwei, eins! J Monsters! Na, was kriegen wir jetzt zu sehen? Schild aus unserem, Clan und Leber? Nichts! Ab! Weg! 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 Frühstart oder nicht? Also wird mal wieder Zeit für den Frühstart in dem Fall. Achtung! Weg! Eins! Nein! Hätte bei mir eins! Gegen der Dirk! Ah! Das hat Nick schön gemacht. Ihr habt gesehen wie geil Nick die Kette gefloppt hat? Das ist Nick. Der blaue ist da. Ah! Der kann die Kette gefloppt. Wuh! Nick! Zwei! Zwei! Achtung! Drei, zwei, ein Stegger! Nikolai bei mir! Oh was? Nichts! 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 Weg! 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 Das war super knapp, aber... Ja, das ist mein Sprach. Sehr nix wirklich. Jetzt stehe ich ja unten. Zwei, eins, Achtung! Drei, zwei, eins, Schöner! Frühstart! Endlich wollen wir wieder einen Frühstart. Ja, Frühstart! Wir mögen alle Frühstarts. Also eigentlich ist ein Start ja ein Schrödinger Start. Du weißt halt nicht, ob es ein Frühstart ist oder nicht. Es ist quasi immer ein Frühstart, aber auch nicht. Drei, eins, Achtung! Drei, zwei, eins, Schöner! Dink und einmal mehr! Und... Und... Auf, auf! Über, auf, auf! Torn! Bist du drauf, oder was? Oh... Was war das denn? Ich hab ja ein bisschen gefehlt. Was hat der getan? Na nichts! Zwei! Eins! Achtung! Drei, zwei, eins, Schöner! Vier! Auf geht's! Schauen wir mal das Duell hier vorne an. Es gibt das denn. Gut gewinnen! Wir kriegen die Betürzahl. Aber Tom hat immer noch den Jack. Auf! Auf! Schönen Komplettung! Schöner! 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 Doppel! Schöner! 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 Pfeifen! Schöner! 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 Hier haben wir einer hier. Fingerpen. Na, komm schon da durch. Manu zurück! Jetzt muss Manu. Schau her, schau her! Warte, warte, warte! Schau! Schau, 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 schau! Er hat keine Kette, er hat keine Kette! Er hat keine Kette! Und nach vorne, nach vorne! Ist nach vorne. Und nach vorne, nach vorne, nach vorne! Achtung, nach vorne, nach vorne! Das müssen wir jetzt schnell ausspielen. Ja, das ist ja nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Ne, Sebastian Katzen! Drei, eins, acht, 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 drei, zwei, eins, stecker! Die sind halt ein bisschen eher ablässig, wenn sie mich nicht sehen. 3 gegen 3. Jetzt müssen sie die Überzahl spielen. Sollten sie. Tja, das war der Punkt. Damit ist jetzt der Ausgleich zu 6 zu 6. Was hältst du davon? Ja, das war noch schlecht. 3, 1, 8, 2, 1, 5. Nikolai hat die Blase aufgezogen. Schade. Das ist eine Relegation. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Das Kopf, Manu. Ja, ich weiß nicht. Ja, Manu hat einen großen Faub. Nikolai, schüttel dein Haar für mich. Soll ich den Nikolai kämpfen? Nein, der hat sich vergessen. Oh, oh. Alles für die Fans. Machen wir doch mal, was die Kette hier macht. Was macht die da? Die sind es eigentlich nicht. Guck dir mal an. Geh durch, geh mal links. Geh durch, geh mal links. Mach langsam, baut es auf. Läufer hin, aber rauf. Auf dich hat, auf dich hat. Läufer hin, bläufer hin. Läufer hin, bläufer hin. Boah, Stück. Ja, der hätte Niklas zurückgegeben. Ich glaube schon. Das ist schon mal schwierig. Jetzt gehen wir bis 8. Ja, lass mich. Du kannst auch ein bisschen Freude hier bewegen. Die Leute am Armin. Erdbeben. Was ist der Grund, warum Kaffee in Deutschland beliebt ist? Ja, dazu 90 Prozent. Das Kartoffeln besteht. Ja, okay. Das war schon schade. Aber was ist denn Liebster als Kaffee in Deutschland? UNTERTITELUNG